Timeless Night Ich bin schon auf eine rauschende Nacht mit Ihnen allen zusammen und hoffentlich sehr viel Spaß. Ich werde jetzt auch in Kürze mit meiner Band Cool Stuff dafür sorgen können, dass sie musikalisch durch den Abend geleitet werden. Davor ist es mir allerdings eine ganz, ganz besondere Freude, einen guten Freund, meinem Bandkollegen Manfred Bartl, ankündigen zu dürfen, der hier heute Abend für Sie seine neue Single Side by Side präsentieren wird, zusammen mit der Jasmina. Eine wunderschöne Single, die auch auf Amazon schon zum Download verfügbar ist. Und weil unser Manfred ein ganz großes Herz hat und das soziale Engagement immer ein sehr wichtiges Anliegen ist, gehen auch 10% von seiner Single Side by Side an die Krebshilfe. Und ich finde, das ist etwas, was man wirklich unterstützen muss. Ich bedanke mich für die schönen Worte meiner Bandkollegin, der Steffi. An meiner Seite die Jasmina. Wir haben eine Solo-Sindie auch produziert, abseits von der Band. Es werden noch weitere Folgen, aber jetzt ist Side by Side am Start. Und diese Single habe ich im Gedanken des Miteinanders, des Zusammenrückens geschrieben. Eine Pop-Palade. Und daher habe ich auch beschlossen, 10% gehen an die österreichische Krebshilfe und an den Vereinigten Dancer, Jens Känzer, wo wir in 14 Tagen auch unsere Single präsentiert werden, in der Hofburg in Wien. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bei der지를. Auf Haut war hier trotzdem. Ich bin einuzz Tabii. Oder wir haben Tausch in Wien. Aber über die Gabe nicht entgeわかacular, bei der Hitze und nein ist Already. 그럼 Bloob an Anliegen. Hier von Gräubemia Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Verein Timeless ist ein rein karitativer Verein. Das ist der einzige Zweck unseres Tuns. Wir veranstalten einmal im Jahr eine Tanzveranstaltung der anderen Art sozusagen. Das heißt kein Zwang Krawatte, Ballkleid und so weiter. Jeder kann kommen, wie er möchte. Damit haben wir natürlich einen regen Zuspruch und unsere Einnahmen, also der Gewinn geht rein direkt an bedürftige Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer. Wir bekommen unsere Informationen, wer bedürftig ist von der Gemeinde, von der Pfarre und auch durch private Zuträger sozusagen. Also wir hoffen halt immer, dass wir jemanden bekommen, dem wir spenden können, der es auch wirklich braucht. Der Verein Timeless veranstaltet auch jedes Jahr beim Adventmarkt in Wiener Neudorf einen Bundstand. Auch dieser reine Lös wird natürlich sozial bedürftigen Wiener Neudorferinnen oder Wiener Neudorferinnen gespendet. Und wir finden, dass das so knapp vor Weihnachten eigentlich eine ganz super Sache ist. Und man eigentlich so knapp vor Weihnachten immer die meiste Freude bereiten kann. Mir ist also aufgefallen, nachdem ich auch sehr viel in Wiener Neudorf herumkomme, dass man hier viele, fast alle Leute aus unterschiedlichsten Kreisen wiederfindet. Ihr seid eigentlich, was man in Wiener Neudorf so gerne hört, so der ziemlich einzige inklusive Verein, wo sich alles trifft. Wir als Verein Timeless haben eigentlich immer darauf geachtet, dass wir überparteilich sind. Das heißt, bei uns sind alle willkommen. Ob rot, schwarz, grün, blau, violett. Ja, genau. Die Farbe ist uns wurscht. Hauptsache, der Sinn und Zweck wird erfüllt. Das heißt, was am Ende herausschaut, ist ein karitativer Zweck. Und jeder mit seinem Tun unterstützt es dabei. Ja, genau. Kann ich auch nur sagen. Und eigentlich ist es so, dass auch wir uns immer, also wir, die Vereinsmitglieder, uns immer bei allen, wirklich allen Veranstaltungen sehen lassen. Zwar nicht immer alle miteinander, aber es ist egal, ob Feuerwehrfest, ob Sportverein, ob Ball der Wiener Neudorfer, ob Lyra Ball, ob Ball Activity und so weiter. Ihr werdet uns überall sehen. Nicht nur, dass es ein wunderbares Fest ist. Es gab auch ein wunderbares, großartiges Buffet. Da wollen wir natürlich auch fragen, wer hat denn das zusammengestellt? Weil das hat ja schon beim Zusehen so Spaß gemacht, dass der Magen schon gehüpft ist. Zumindest ist es bei mir als Kameramann. Also was das Buffet betrifft, müssen wir uns sowieso bei unserem Chefkoch, das ist der Herr Ingenieur Thomas Wagner, bedanken. Weil er macht es jedes Jahr sensationell. Und vor allem, wenn man sich das Buffet anschaut, das ist auch was fürs Auge. Das Auge ist mit und es ist mit so viel Liebe und Herz bereitet. Und die positiven Antworten von den Teilnehmern, die was da sind, geben uns eigentlich immer recht. Ja, also alle, die beim Sporttreff arbeiten, das ist der Sportverein, der Fußballverein Wiener Neudorf, sind immer bereit uns zu unterstützen. Und dafür ein herzliches Dankeschön. Wir von Wiener Neudorf TV wünschen auf jeden Fall dem Verein Timeless einen riesigen finanziellen Erfolg. Und ich glaube, wir bedanken uns noch einmal für die Arbeit, die ihr wirklich geleistet habt. Dankeschön. Wiener Neudorf TV Wiener Neudorf TV Wiener Neudorf TV Wiener Neudorf TV Lass, Chanty Rose, take it home, to the place, I'll go, waste it to you, now tomorrow, take it home, Chanty Rose. You like your dream, you want to use a knowledge, Bedок minutes for work, and to the Meöern Angerals, sing Welch, do your people coming in? What I've never given you? Was tun wir so wie schon? Ich bin mir wieder neugierbar. Du hast du es tot? Du hast du es tot? Ja! Ere oxygen. Ich muss es los, was du so! Ich bin mir, Siehst du immer wieder, aber ich muss gebrochen, alles für dich, auf dem Stand, auf dem. Großvater, ich möchte so mich sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du hast mich immer frei, und deshalb giss ich nicht. Großvater. Großvater.